Entschuldigung, bin ich hier richtig für das Bewerbungsgespräch? Sind Sie der Herr Jamal González dos Santos? Dos Santos, ja, da bin ich. Wunderschöner Name. Darf ich Sie gleich am Anfang was fragen? Woher kommen Sie? Aus Österreich. Ja, woher kommen Sie wirklich? Aus Linz, also Linz, Österreich. Ja, das war mir schon bewusst, aber so, woher Sie kommen? Das ist eine Fangfrage. Ich komme aus meiner Mutter. Nein, das meinte ich überhaupt nicht. Wie vermute ich denn? Woher haben Sie denn einen schönen Namen? Dos Santos González? Ja, von meinem Papa. Na ja, und... Ich weiß nicht. Wieso haben Sie denn so einen Teint? Ach so, ja, mein Vater ist auch so. Ja, und woher hat der denn? Ja, vom Opa, bei Opa. Okay. Hm, wie vermute ich denn das? Ich weiß nicht. Also, warum sind Sie schwarz? Was?